Fliegende Boote sind nicht nur ein Traum, sie sind eine Realität. Zumindest für einen kurzen Moment, wenn sie mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und auf einen Trailer verladen werden. Das ist ein faszinierender Anblick, den man nicht alle Tage sieht. Ich war am 7. Oktober 2023 beim Schiffsziebelwerk Scharnebeck und habe mir das Spektakel aus der Nähe angesehen. Dort wurden die Jachten und Segelboote für die Winterpause aus dem Wasser geholt. Doch wir hatten richtiges Schiedwetter, es regnete pausenlos und ich war nass bis auf die Haut. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, diesen Film für euch zu drehen. Dabei habe ich Oskipper Björn begleitet, der mit seinem Traktor Deutz D50S und seiner Windel 50SL zum Trockendock seiner Firma Service rund ums Boot gefahren ist. Dort bietet er seinen Kunden verschiedene Leistungen an, wie Holzarbeiten, Elektro, GFK, ja sogar Motortausch ist möglich. In diesem Film könnt ihr seine Tour miterleben. Er dauert nur zwei Minuten, lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.